dafür gerade heute das spiel mich verarschen bei a spawnt ja noch ein panzer ne ich gehe auf a warte bis der panzer kommt keiner geht auf den tank ich krieg den tank drücke x der gewählte einsatzpunkt ist nicht mehr rüber ich so gut schon kurz vom platz und dann habe ich ihn doch noch bekommen jetzt gucken sie mir die kälte Et der Merde die Tür. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben das Einsatzziel David erobert. Aufpassen, Sturmsoldat! Wir haben das Einsatzziel... Da ist er noch. Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig! Wir nehmen Sie es, zack, euch sehen. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Uhhh! Uhhh! Salitäter, da! Panzergesichtheit aufpassen! Panzer! Panzer in Sicht! Panzer! 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 Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Albert erobert 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 Ich spiele aber auch fast nicht mehr weißt du Ich gehe auch in den Weg hier. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. 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 Ja, viele. Auf jeden Fall. Ja, der Panzer ist direkt hochgegangen. Ja, der Panzer ist direkt hochgegangen. Aufpassen! Kostetzen. Ja, der Panzer ist direkt hochgegangen. Da drüben. Das Ziel verteidigen. Ich brauche Hilfe ja. In der Nähe deiner Position ist ein Flamschützen-Kit verfügbar. Das Ziel verteidigen. Und mich dauernd Er war fast getötet worden Sanitäter gesichtet Ein feindlicher Panzerzug ist unterwegs Kommt drauf an wie ich sie treffe Kann auch mal ein ganzes Mac kaufen Wenn ich mich richtig treffe Jetzt Da war ja die Kugelachnummer Wie der escaped ist Hab ihn Das war ja die Kugelachnummer 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 Kowalski Das ist ein bisschen wie dieser Pingu aus Madagaskar Kowalski Was nan…? Herr Schäuptet! Herr Schäuptet! Wurde? Ich werde feindlichen Sturm voll hatten. Wir haben Einsatzziel David erobert. Oh jetzt holen die mich alter wegen dem Panzerzug wie lächerlich. Der Typ himmelt da die ganze Zeit in der Ecke. Ah wie lächerlich und wappend wie sich kommt. Da sieht man man wie schnell man down sein kann wenn das Team auch nur eine Sekunde zusammenspielen würde von denen. Ah wie ärgerlich 61-1. Ah die Partikel hätte ich auch noch überleben können oder nicht ey. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade.